Es ist Winter in Niederbayern und auch wenn die Skipisten leider geschlossen sind, gibt es zahlreiche Alternativen für Schneebegeisterte, um sich fit zu halten. Wer einmal abseits der Skipisten oder Läupen unterwegs sein möchte, für den ist vielleicht Schneeschuhwandern genau das Richtige. Dafür machen wir uns auf den Weg auf die Spitze des Hirschensteins. Der König des Vorderbayerischen Waldes ist fast 1100 Meter hoch. Vom Gipfel aus kann man an guten Tagen bis zu den Alpen sehen. Doch bevor wir diesen Ausblick genießen können, heißt es erstmal anschnallen. Denn für unsere Tour quer durch den Bayerwald müssen die Schneeschuhe perfekt sitzen. Damit wir uns auf dem Weg zum Gipfel nicht verlaufen, übernimmt die Führung ein erfahrener Guide. Eigentlich kann sich da jeder machen, der weil ein bisschen auf die Füße gehen kann, kann es machen. Seit etwa drei Jahren bietet Helmut Scholz Schneeschuh-Touren rund um den Hirschenstein an. Denn für den Böbracher gibt es nichts Schöneres, als draußen in der Natur unterwegs zu sein und mit seinen Gästen über den Bayerwald zu plaudern. Ich mag gern, was gesund ist, wandern und Bewegung für die Knochen, alles ist gut und abschalten von Alltag. Von Alltag, weil wir haben ja sowas viel Stress immer, jeder heutzutage. Alles muss eilig sein, alles. Und so kann man runterfahren. Einfach mal abschalten und die Natur genießen. Doch dass bei der Schneeschuhwanderung auch mein Puls runterfährt, kann ich leider nicht ganz behaupten. Eins ist natürlich Fakt, wenn man abseits der Wege unterwegs ist, ist es natürlich auch ein bisschen anstrengender. Je nachdem, wie hoch der Schnee ist, können auch Skistöcke bei der Wanderung helfen. Doch die braucht der Tourguide definitiv nicht. Denn der 58-Jährige erkundet den Wald am liebsten ganz ohne Hilfsmittel. Dabei hat er auch schon so manche Überraschung erlebt. Am schönsten, was ich gesehen habe, eine Herde Wildschweine, wo die Bachen und Keiler und die Frischlinge durchgezogen haben, schnell. Und die haben geschreckt. Wir sind jetzt mitten durch den Weit gegangen. Mit den Schneeschuhen alles kein Problem. Und jetzt geht es weiter Richtung Hirschenstein, oder? Ja, oben. Auf dem letzten Abschnitt wird es jedoch noch einmal etwas steiler. Doch dank der Spikes unter den Schneeschuhen habe ich sicheren Halt bei jedem Schritt. Jetzt haben wir den Berg Hirschenstein, 1095 Meter hoch liegt er, genannt der König von vorm Bayerischen Wald. Wunderbar. Endlich geschafft. Damit die Wanderer den Ausblick noch mehr genießen können, wurde 1921 auf dem Gipfel ein sieben Meter hoher Turm errichtet. Von hier oben kann man die Landkreise Deggendorf, Straubing und an guten Tagen sogar die Alpen sehen. Der Hirschenstein ist der König vom vordere Bayerischen Wald. Und das Panorama, man sieht hinein bis in die ganze Gebirgskette und in den ganzen Bayerischen Wald und alles und die Donauauen. Nicht nur bei Touristen wird der Hirschenstein immer beliebter. Auch mehr und mehr Niederbayern zieht es zu dem König des vorderbayerischen Waldes. Und wer dieses Fleckchen Natur gerne abseits der Wanderwege erkunden möchte, für den ist eine Schneeschuhwanderung definitiv genau das Richtige. Egal ob Tiefschnee, bergauf oder bergab, mit den Schneeschuhen sind sie sicher unterwegs. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, ich bin aber jetzt doch ein bisschen durchgefroren und freue mich auf zu Hause und einen warmen Tee. Egal ob Tiefschnee, bergab, mit den Schneeschuhen sind sie sicher unterwegs.